Bei mir ist das eh alles scheißegal, Mann. Der Mann da oben hatte jetzt zwei absolut ultimativ krasse Kämpfe, oder? Er hat einen gewonnen und einen verloren. Es ist halt einfach so. Haben wir dem schon Fitnessboost gegeben? Nee, ne? Genau, den hat er auf jeden Fall sich verdient. Ich glaube, ich sollte die Fitnessboost immer nach den Kämpfen verteilen, bevor ich das vergesse, wie bei... Wie vorhin. Bei unserem Titelkampf mit Herrn Franklin. Ja. Von so langer Zuschauer, da kann man mal subscriben, das ist echt super, danke. Und jetzt schauen wir mal, dass wir mit ihm weitermachen. Wird uns das helfen? Der schwere, die Bazooka, die schwere Bazooka. Mit ihm habe ich bisher echt am krassesten Probleme bisher zu kämpfen. Mal gespannt, ob das funktioniert. Hallo, Monster Martinez. Alles klar. Monster Martinez ist damit quasi konfirmend. Joseph Martinez. Alles klar. Joseph Martinez, konfirmend. So. Bazooka, es wird Zeit, dass wir jetzt mal die Bazooka auch wirklich auspacken. Und diesmal nicht über drei Runden, bitte. Ach so. Direkt eine Ansage von ihm. Ich glaube, Bazooka reicht es jetzt, oder? Kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, Bazooka ist so langsam. Gerade Vergleiche zum Wayne Franklin, ne? Meine Fresse, ey. Martinez kommt aus dem Jungle. Lass ihn doch. Ja, so eine Spinning Backfest allerdings von der Bazooka, glaube ich, könnte schon auch echt tödlich sein. Schön, schöner Kick. Holy shit, mein. Oh, da ist der noch. Kick. Kick. Ach, schade, da hat er kurz mal den Kopf auf dem... Sag mal. Also den Move kaufe ich ihm ja auch nur ganz schwer ab, ne? Aber wenn es funktioniert, mein Gott, lass ihn doch. Irgendwann werden wir eben noch mit einem High-Kick mal so ausknocken, oder? Oh, das funktioniert nicht so leicht. Ne. Dann kommen wir weiter, weiter, weiter. Ja, komm mal, wir weiter, weiter, weiter. He misses with the left hook. Man, he really turned on that inside leg kick. So, ein schöner Head Kick. He was set up perfectly to block that hook. Also, ich bin, äh, immer noch etwas... Ja, wie soll ich sagen? Also, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause auch nachvollziehen könnt. Wie sich das mit ihm hier steuert? Ich hab so irgendwie... Oh, der Mann, okay, der hat gesessen. Was zum Fick hat der vor? Das gefällt mir gar nicht. Das brawlen wir direkt mal ein bisschen. Und dann das Ganze in die Half-Guard zu ziehen. Nein, das funktioniert nicht. Dann stehen wir halt auf. Ja, ich glaub, das ist besser für uns. Und jetzt wird er versuchen, zu stand up, was er macht. Brexit! Ey! Brexit, vielen Dank für deinen Sub, Mann! Herzlich willkommen bei uns im Wolf-Pack. Oh, im Octagon-Pack! Dankeschön, dass du diesen Kanal noch nicht hier unterstützen möchtest. Danke schön. Oh, haben wir uns diese... Renaked, 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 Renaked. Komm, 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 komm. Oh, so. Okay. Und die Topmon will ich aber auch nur, damit wir wieder aufstehen können. Das funktioniert. Immerhin, immerhin kann... Ohoho! Der Exkick. Kann unser Hegel bei Zuckerbacks auch echt viel fressen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, er ist langsam, aber er kann fressen. Das ist gut. Und hier ist ein schöner Leg-Kick. Ja, gut, der Inside-Leg-Kick, der war ganz interessant, aber ich glaube, der Jab danach war schon fast interessanter, oder? Ja, er zeigt halt nur Leg-Kick. Das ist okay. Und hier ist ein schöner Leg-Kick. LOL! Drei Highlights oder dreimal Leg-Kicks. Würdest du mich verarschen? Alles klar. So, die Frage ist, wem geben wir jetzt die erste Runde? Ich glaube, ihm, oder? Ich weiß nicht, das war schon echt ausgeglichen, eigentlich. Ist das ein Monster? Komm! Nachsetzen! Oh, der Junge hat zu wenig Energie! Ich sag's euch, der kann nicht mehr als eine Zweier-Kombo machen, ne? Der ist instant im Arsch. Wenn's mehr als zwei Schläge hintereinander sind, ist er einfach vorbei. Es ist, es ist einfach kein Spaß. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das einfach nur nachvollziehen könnt, aber da sind zwei Schläge und das ist der Junge raus. Da kann er einfach nichts mehr. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir nicht da und kriegen. Und da ist der fucking U-Dewurf! Ich wollte natürlich sofort in das Psycho-Ton noch ein paar Elbows nachsetzen. Okay, komm, komm. Das kann man nicht lang genug machen. Ich schenne mir die Folge. Oh, das macht er gut. Hallo! Okay, uncool. Sau uncool. Oh, das hat uns richtig wehgetan. Oh, der Elbow hat uns übelst gecuttet. Damn. Ich sag's euch, wir dürfen mit dem einfach nicht über Runde 1 auskommen, sonst ist jedes Gefühl der Kampf verloren. Auch wenn wir natürlich einmal über drei Runden gewonnen haben, wie auch immer das eigentlich funktioniert hat. Gut, es war einfach ein sehr klasse Kampf von uns, aber jetzt sind wir am Blut wie ein Schwein. Fuck. Fuck. Martinez, ich dachte, da ist ein Monster. Komm, aufstehen, 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 wir dürfen am Boden nicht bleiben. Das Problem ist, dass ich auch glaube, dass wir diesen Kampf jetzt nach Runden verlieren würden. Oh, ja. Weshalb wir echt ein riesen Problem kriegen könnten. Komm. Mit dem Moneymaker. Aber ich glaube, der hat einfach noch keine K.O. Power. Er ist nicht klein zu kriegen, aber auch keine K.O. Power. Komm. Das heißt, eigentlich hat er ja schon ein paar Hammer. Hat er der ganze Bauchgefühl voller Blut, Mann. Und schau mal, wie langsam der sich bewegt hat. Habt ihr es gesehen? Ich kann nicht mehr. Nach Hause. Snickers. So fühlt er sich an. Er hat ja schon Power, aber halt nicht diese Knock-out-Power, sondern diese Stunning-Power. Und dann hat er keine Kraft mehr, um nachzusetzen. Amazing Highlights from that round. Und da kommen wir halt zum Problem. Dadurch, dass wir einfach kein Geld für Packs haben, können wir einfach keine neuen Moves beibringen, wie zum Beispiel den Overhand Hook. Und das ist das Nervegel an diesem Modus. Das ist es. Genau, es ist wie Bronze-Spieler bei FIFA, du sagst es. Ja, Breaks, wenn du dich für MMA interessierst, wenn dir das gefällt, was du siehst, dann wirst du Spaß mit dem Spielern haben. Ganz einfach. Hauptsache, wir gehen schon wieder in die dritte Runde mit ihm. Das kann doch nicht wohl wahr sein. Wow, der war böse, der war böse. Aber wir haben hier doch so ein Eisenkinn. Wir haben doch so ein Eisenkinn. Ne, King Gesundheit und so ist doch weit oben. Aber nach Runden verlieren wir es. Das ist das große Problem. Nach Runden verlieren wir den Kampf. Wir haben einfach ein Riesenproblem. Da kommt nichts mehr. Wir müssen den Kampfgefühl am Boden halten. Aber das Problem ist... Spinning Backfest wäre es vielleicht nochmal gewesen, ey. Kein Gefühl, nichts mehr zeigen, ey. Der war wichtig. Boah, da fängt er jetzt alles ab, der Junge. Nach Runden verlieren wir das. Wir müssen uns das einfallen lassen. Oh, ist das langsam. Komm, komm. Leute, komm schon. Jetzt, hau rein in den Elbos, hau rein in den Elbos. Aufrichten, 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 aufrichten. Komm, komm. Jetzt verpassen die Elbos. Die sind zu langsam. Die sind zu langsam, die Elbos. Wie lange geht der Kampf noch? Komm. Elbos, Elbos. Elbos. Jetzt versucht er mich zu vermitteln. Ist klar, Alter, ist klar. Ja, doch. Ach, das ist nochmal ganz gut. Jetzt aufsetzen, aufrichten, aufrichten. Komm, jetzt. Komm schon. Setz die Elbos rein. Setz die Elbos rein. Die sind zu langsam. Komm schon. Damn it. Schon wieder? Oh, Mayreads. Hashtag Sneakers. Dankeschön. Very close fight. In a great fight to watch. Both fighters went for it. Really fun to watch. Round two, we see more of the same beautiful kicking technique on display. Wir planieren mal wahrscheinlich 29, 28. Was meinet ihr? Round three, this thunderous head kick finds its way through the guard. We have our official decision. And here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, after three rounds, we're going to the judges' scorecards for a decision. Judge one scores this contest. 29, 28, Martini. Judge two scores it. 9, 28, Bazooka. And judge three scores it. 9, 28. Declaim the winner by split decision. Martini Monsters. Your winner by split decision. Das ist die first ever split decision, die wir jemals in UFC 2 hatten. Ich zeige, das wird ein 29, 28, aber... Ich zeige, das wird ein 30, 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 Der Mann aus Reykjavik, Bersuka Baxter, hat 3 Kämpfer und sie gehen alle 3 die Distance. Un-fucking-fassbar, Mann. Ja, Fitness ist gefühlt ganz unten, aber ich sehe es nicht ein für sowas, das zu verballern. Das sehe ich einfach überhaupt nicht ein. Oh mein Gott. Okay und El Presidente. Da kriegst du ja Kopfschmerzen. Das ist sehr belastend. Jo, springt er mit seinen 120 Kilo schon so. Ist okay. So, Herr Thomas Gerbasi. Meine Fresse, ey. Und wieder drei Runden Kampf, oder was? Bitte nicht, ey. Bitte nicht. Oh, das kann ja was werden, ey. Ich muss den Kampf in der ersten Runde beenden, ansonsten ist das Ding gelaufen. Au! Au! The fuck? Ist denn jetzt los? Jetzt reicht's. Fuck! Schöner Head Kick. Spinning Backfest! Komm, mach Schluss! Was? Ich sag ja, er hat die Power um seinen Gegner zu stunnen. Aber nachsetzen ist so... Jetzt... Good God! Ohh! Damn it! HP. Oh! Der X-Krend war fein. Okay, pass auf. Up in Tile Clinch. Und jetzt Vollgas. Komm. Komm! Komm schon! Bring die um! Besucher, bring die doch einfach um! Das gibt's doch nicht! Das darf einfach nicht wahr sein! Schau, das ist dann wieder schon wieder blutet! Das darf nicht wahr sein, ey! Komm, komm! Schöne Backseek-Position, jetzt mit dem Rear Naked Choke umbringen! Komm! Was? Wie? Das ist einfach viel zu krass, dass hier abgeht, oder? Komm! Damn! Das ist in der ersten Runde für uns zu entscheiden! Was, der frisst aber auch! El Presidente! Damn it! Der will mir sagen, dass er drei Runden jetzt so bluten will! Will der mir das erzählen? Oh, wow! Und hier wir gehen, wir schauen uns zu sehen, dass es action ist hier. Hier ist ein perfektioniertes Liverschot. Hier ist ein Powerful Punch, das Devastates. Wann ist schon ein Koppel. Beautiful Submission Attempt hier, aber gerade an der Ende, er slips aus. Incredible Highlights in that round. Das ist ein Bad Cut, und ich möchte Sie zu starten, okay? Okay, I want you to cover up, cover up. Keep one hand over that eye. Don't allow him to start. Das ist einfach viel zu krass, was mit diesem fucking Charakter abgeht, Mann. Das macht der wahnsinnig. Round two. At the end of that round, his opponent was clearly hurt. He's gonna look to start this round off fast, so diese Spinning Backfist und Kick Kombination, und die brauchen wir. Die brauchen wir. Wir werden aber gleich, wenn das so weitergeht, gehen wir nochmal gleich in die Clinch-Position. Und mal ganz ehrlich, noch einmal überlebt das nicht. Das kann einfach nicht sein. Erste Runde ging aber mal definitiv an mich jetzt, ne? Das darf doch einfach nicht wahr sein, ey. Diese Gegner halten aber auch... Also, das ist unfassbar. Aber es macht Spaß, es macht Spaß. Alleine, weil die halt... Weil die Kämpfe quasi richtig fordernd sind. Weil hier einfach das nicht so leicht ist. Ne? Es gibt dann so die leichten Kämpfe. Und dann gibt's diese Kämpfe. Walter, Walter! Schön am Bein, die Streifenblut. Oh, ich sag's dir, jetzt geh ich in den Teilclinch und dann ist Schluss mit lustig. Dann ist Schluss mit lustig! Komm! Hat er geblockt, der Penner. Ah, hat er geblockt, der Penner, ey. Oh mein Gott, das ist so im Arsch. Und wir sind jetzt erst nach eineinhalb Runden... Oh Gott, oh Gott. Wahnsinn! Wie dem das Blut runter rinnt! Diese Lebertreffer sind echt nicht feierlich, Mann. Boah, sind wir langsam. Oh weh, oh weh, oh weh. Okay, ich hab meinen Gameplan für den Rest des Kämpfe schon zurechtgelegt. Keine Sorge. Problem ist, erste Runde ging zwar klar an mich, aber ich kann den Clinch gehen. Aber ich glaube, die Runde wird klar an ihn gehen. 45 Sekunden in der Runde. Und ein nice 1, 2 mit der right und der left. 30 Sekunden auf der Klocken. Oh, er hat ihn getroffen. 20 Sekunden in der Runde. Big Hook. Komm, komm, komm. Jetzt, jetzt, komm! Der blockt es aber schon wieder... So zu blocken, verdammte Scheiße. Und hier ist ein nice Shot, der lands perfekt. Und hier ist ein anderer clean Shot, der lands. Und ein anderer perfekt. Alter, wir haben ihm in der Runde eigentlich schon auch gut zugesetzt. Also 100%ig seine Runde ist das nicht. Sehr impressive Striking going on in that round. Alter. Nein, das ist nicht gesund, ey. Wir gehen wieder in die dritte Runde, alles klar. Es ist lächerlich eigentlich gefasst. Und eine super Arena in Tokio, Japan. Und eine andere Runde. Keine Chance, Alter. Ich bin so langsam. Naja, es ist halt... Da hast du quasi noch einen Kampf in den Knochen gehabt. Und dann musst du noch einen nachsetzen. Beide keine Energie mehr. Beide einfach keine Energie mehr. Ey, es ist Wahnsinn. Oh, der Taktor-Versuch ging in die Hose. Das schaffen wir nicht. Das ist eine Herausforderung mit dem Charakter. Leute, Leute, Leute. So, und jetzt wieder den Jude-Wurf. Yes! Top-Mount, Top-Mount, Top-Mount. Okay, nee, 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 nee. Obwohl, warte, warte, warte. Da können wir schon nochmal um die Top-Mount gehen. Jetzt aufsetzen, aufsetzen, aufsetzen. Und jetzt haut ihm die Elbows rein. Hau ihm die Elbows rein. Ja! Komm, wieder, 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 wieder. Nee, zurück in die Top-Mount. Zurück in die Top-Mount aufrichten. Und wieder, komm. Ja! Komm schon, auf die Scheiß-Wunde! Auf die Scheiß-Wunde! Ja! Check your money, make-up. Da ist der Money-Maker! Da ist der Money-Maker! Oh! Joe, here's the finish on our fight replay. Let's look at the replay and see the end of this fight. This is the huge ground-and-pound strike that lands for the KO. Check it out again. Check it out here. Oh, man. K-O. Bruce Buffer with the official decision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called us off to this contest. Now, two minutes, 35 seconds of the third round. We're playing the winner by... Knockout! Mazooka! Mazooka, winner by knockout. Boah, ey, das war... Das ist das allererste Mal jetzt tatsächlich, dass der Kampf zwar immer noch in die dritte Runde ging, aber immerhin... Aber immerhin... haben wir ihn vorzeitig beendet. Was ein wichtiger, wichtiger Sieg. Wahnsinn. Zwei Kä... Äh, vier Kämpfe, zwei Siege, zwei Niederlage. Jedes Mal ging es in die dritte Runde. Damn. Damn. Was für ein Schwergewicht. Was für ein... Wie hart er einfach kämpfen muss. Das ist so brutal. Aber jetzt haben wir es geschafft. Er war wichtig für uns, dass wir die Siege vor... Die Matches noch vorbeenden können. Sehr wichtig auch, dass wir den Kampf... Gameplay-technisch ging das auf, dass ich den Tektor noch geholt habe und dann ihn am Boden fertig gemacht habe. Ich bin allerdings jetzt auch ziemlich fertig, ey. Das war keine leichte Aufgabe. dann muss ich ein bisschen geholt haben. oritste... Vielen Dank.